Sieht so gut aus. Das stimmt. Das Einzige in der letzten Folge hat er Faux-Grois serviert. Das ist diese Gänsestopfleber. Was ja wahrscheinlich dann keine Gänsestopfleber war, sondern Leber von einem Menschen. Und da war ich so glücklich, dass die Frau von Laurence Fishburne halt gesagt hat, das ist mir zu grausam, das kann ich nicht essen. Da war ich sofort auf ihrer Seite. Aber ich muss echt sagen... Du bist aber nicht vegan, oder? Jetzt bin ich dabei. Also du findest, die anderen Tiere wären harmloser getötet? Nein, das ist eine absolut berechtigte Frage. Du hast völlig recht und das wird auch in den Kommentaren wahrscheinlich auftreten. Das ist natürlich generell eine sehr schwierige moralische Frage, ob man Tiere essen sollte oder nicht. Nein, das ist keine schwierige moralische Frage. Das ist eine verdammt einfache und eine verdammt offensichtliche. Und wenn du sagst, man darf Tiere essen, dann kannst du diese Position nicht verteidigen. Stell dich eine Debatte in Find Out. Nicht hier besprechen sollten. Ja, danke, danke, danke. Ja, natürlich solltet ihr es nicht hier besprechen, weil es für euch alle scheiße unangenehm ist, weil ihr alles Omnis seid und eure Position nicht verteidigen könnt. Daran liegt es, oder? Wenn ich raten müsste. Boah, Boah ist ja dafür bekannt. Ich habe zwar keine Ahnung, wer diese Menschen alle sind, aber... Es gibt ja so zwei, drei Speisen, wo halt diese Art, die Tiere dahin zu bringen, dass sie am Ende diese... Und deswegen ist euch das Thema auch so unangenehm, weil ihr eure Position nicht verteidigen könnt. Ihr macht das alle nur, weil lecker, lecker, weil lecker, lecker steht über Gehirn leider. Spezialität ergeben, da das noch schlimmer ist und... Ich kriege so flüssiges Fett eingehören. So ein Riesenschlauch, ein bisschen Magen... Ja, Stopfleber, das ist einfach nur Next-Level-Tier-Quälerei unfassbarer. Magen, also... Genau. Und jetzt kann man natürlich... Da bin ich mit Schweines Fleisch dann doch nicht esse. Ja, und jetzt kann man natürlich drüber streiten, ich bin auch keine Vegetarierin. Ach, die ist nicht mal Vegetarierin. Ja, alles klar. Aber Hauptsache, sich über sowas aufregen. Aber dann jeden Tag für genau sowas bezahlen. Also nicht genau sowas, sondern sowas in dem Mietier, sag ich jetzt mal. Ja, jetzt kann man natürlich drüber streiten, inwiefern ist das ethisch noch weniger... Ja, du kannst es nicht verteidigen, diese Position. Versuch es doch mal. Sag doch mal deine Rechtfertigung für Tiermord. Und ich werde es einfach debunken mit Logik. Nicht mit meiner eigenen Meinung. Meine eigene Meinung hat null zu interessieren. Die wird ja auch niemals vorkommen. Sondern du wirst... Du kannst diese Position nicht verteidigen, deinem eigenen Moralsystem. Das liegt daran, dass wir dieselben Axiome haben. Du hast für 20 Sekunden gesagt, lass uns nicht drüber diskutieren. Ja, und der will es natürlich abwürgen, weil der wahrscheinlich... Ja, kann man sich von schon vorstellen. Ja, ich weiß... Mir ist diese sehr schwierige... Lieber Köpfe abschneiden, das Thema, an dem ihr euch hier alle beteiligt, die da sitzen, lieber unter den Teppich kehren. Das wird bestimmt helfen. Ihr Diskussion bewusst... Sagt alles über euch Menschen aus. Mir auch. Also ich würde das auch... Und ich verschließe da auch nicht die Augen vor. Unsere... Ja, doch. Genau, das tust du. Wie recht fertig du bist. Erzähl mal. Aber wir tragen alle unseren Teilen... Weil es Tradition ist oder was? Woran liegt es? Erzähl mal. Teil dazu bei, weniger Fleisch zu essen. Ja, so... Genau, weniger Fleisch zu essen. Wir tragen alle unseren... Teil dazu bei, weniger zu versklaven. Jeder... Nur... Nur noch ein Sklaven. So ist es. Ich habe das Gefühl, dass das... Und alle nicken schön. Wir haben jetzt einen festen... Mindestens einen festen... Fleischlosen Tag in der Woche. Wow. Einen sklavenlosen Tag in der Woche. Super. Merkst du den Fehler? Ich war auch überrascht, dass der Prozentsatz in Deutschland, der sich vegetarisch ernähren, mittlerweile ziemlich hoch ist. Ich glaube 30%. Jetzt habe ich alles. Ich meine hier, allein hier... Tja, Vegetarier beteiligen sich an den... Schlimmsten Tierschändereien, die man sich nur vorstellen kann. Die größte Tierqual kommt aus der... vegetarischen Industrie. Also, wer ist es Rügenwald? Die haben doch jetzt komplett umgestellt. Ja, und vor allem... Komplett? Komplett, ja. Komplett! Komplett! Oh, das... Ich sage jetzt einfach mal in der Hoffnung, dass wir dadurch vielleicht einen neuen Sponsor kriegen, sage ich jetzt einfach mal unbezahlt, dass man von denen wirklich alles essen kann aus der vegetarischen Reihe. Alles geil. Ich habe auch hin und wieder... Also, das mal ausprobiert. Auch diesen Burger, ne? Das Burger, dieses Patty, was so vor fünf Jahren so ganz hip war. Was aus Amerika kam und an die Börse gegangen ist. Das hat auch ganz gut geschmeckt. Irgendwie komme ich immer wieder zum Fleisch zurück. Du! Ja, und du kannst es nicht verteidigen, Fleisch zu essen. Ey, das wird sich wahrscheinlich bei mir auch nicht... Die diskutieren wir doch wieder. Entschuldigung. Bohnenpattis aber zum Beispiel, den Burger mit Bohnenpattis habe ich auch schon gegessen und fand ich lecker. Ja. Das ist, glaube ich, auch die Frage der Verfügbarkeit. Wenn du halt einfach momentan noch viel zu viel davon hast, was eigentlich nicht so gut ist, greifst du trotzdem eher dahin, als wenn du, glaube ich, deutlich mehr hättest. Aber nicht so gut, wenn der Zwang dabei ist, ehrlich gesagt. Ja, muss ja. Ich glaube, das hat sich eher durch gesellschaftliche Veränderungen, man hat mal dahin gefunden, dass irgendwie so ein Konsens herrscht. Irgendwie muss sich was ändern. Nee, das liegt einfach daran, dass es auch tatsächlich gute Menschen auf der Welt gibt, die genau wie die Leute, die Sklaverei, mit Sklaverei aufgehört haben oder mit was auch immer, mit irgendeiner Gewaltform, die sind mit Logik an das Thema dran gegangen, haben festgestellt, oh wait, diese Gewalt an den Tieren kann man ja nicht verteidigen und sind vegan geworden. Daran liegt es. Die Gesellschaft versucht immer, den moralischsten Punkt zu approachen. Das liegt in der Natur des Menschen. Deswegen werden Menschen immer moralischer. Dann so, an einem dem und dem Tag darfst du nicht mehr... Nee, Verbote bringen meine Hand und ich dann auch... Genau, das ist halt... Genau, Verbote bringen nichts. Deswegen, warum Sklaverei verbieten? Warum Mord verbieten? Warum Vergewaltigungen verbieten? Verbote bringen nichts. Ja, man sieht ja schon das intellektuelle Niveau, auf dem wir uns hier bewegen. Gibt es immer eine Gegenposition, die man einnimmt? Oder es gibt immer Leute, die dann sagen, jetzt erst recht oder so, also... Es ist wissenschaftlich. Ja, und was sagt das über die Menschen aus, die sagen jetzt erst recht? Du widerlegst einen, der pro Sklaverei ist und die schreiben den Chat, jetzt erst recht Sklaven halten. Was sagt das über die Menschen aus? Ich habe auch tatsächlich erwiesen, dass Leute, die etwas ändern wollen, das eher tun, wenn sie nicht von anderen dazu... Wenn sie selbst dazu... Was für ein Bullshit. Du wirst dein Moralsystem verändern von alleine und nicht, wenn du draufgebracht wirst, dass du deine Position nicht verteidigen wirst. Lull. Wenn sie selbst... Wenn sie selbst... Wenn du selbst herausgefunden hast, dass Salatessen irgendwie gut ist oder was, dann isst du Salat. Das wird... Das switcht dein Moralsystem um, oder? Oder switcht dein Moralsystem um, wenn du mal gepresst wirst und mal gefragt wirst, verteidige mal Tiermord. Und du sagst, ja, aber es war tradition... Das machen wir ja schon immer so. Appeal to Tradition Fallacy. Ja, aber Löwen machen das Appeal to Lions Fallacy. Und so geht es immer weiter, bis du kein einziges Wort mehr rauskriegst. Weil jedes Einzige... Jede Sache, die du sagst, ein Logikfehler ist. Deswegen werden Menschen vegan. Genau. Nur bei allen Leuten Inception anwenden und die Ideen in den Kopf einführen. Exakt. Ihr könnt eure Position nicht verteidigen, das ist der ganze Punkt. So wie Sklavenhalter ihre Position nicht verteidigen können. Die Selbsterkenntnis hat viel mehr Auswirkungen auf das fortlaufende Handeln. Ja, da würde man dich mit BOP-Pressen mal sehen, wie du da abschneiden würdest. Ich muss heute Abend den Film sehen. Ich gehe heute Abend mit dem Film. Das ist ein Unterschied. Exakt. Intrinsisch, extrinsisch. Genau. Filme gucken ist auch das gleiche wie Moralfragen zu beantworten. Herzlich. So, welchen Film musstest du denn sehen? Wie kommen wir jetzt von Gier und Fressen zu Succession? Hallo Uwo. Vielen Dank, Cora, Son. Ich gucke gerade Succession. Echt? Ich bin in der zweiten Staffel. Ja, okay. Das war das Thema. Zum Glück müssen wir uns das nicht 2 Stunden 19 anhören. Von diesen Menschen, die unmoralisch handeln und ihre Position nicht verteidigen können. Aber danke auf jeden Fall, wer es reingeschickt hat. Haben wir auch die, naja, kommentiert, sage ich mal. Widerlegt kann man nicht sagen, weil keiner einziger einen Trade genannt hat. Also keiner eine Rechtfertigung genannt hat. Sonst hätte ich die jetzt live vor allem widerlegt. Sonst hätte ich das,